Die Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der LTA Gießen 46ers gegen Phönix Hagen. Ich begrüße herzlich die Vertreter der Presse und die Zuhörer und Zuseher in den Nebenräumen. Und ganz besonders herzlich die beiden Coaches auf Seiten von Hagen, Ingo Freier und auf Seiten der Gießen 46ers, Björn Harmsen. Das erste Wort gehört natürlich dem Gästetrainer Ingo Freier. Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, Glückwunsch an Gießen. Wir hätten heute gewinnen können. Fünf Minuten vor Schluss haben wir noch geführt. Schade, dass wir es nicht genutzt haben, dieses Spiel. Ich bin immer noch sehr, sehr aufgeregt und aufgebracht. Weil am Ende, gerade am Ende, standen halt ein paar Leute auf dem Spielfeld, die sowas von schlecht waren, wo ich mich wirklich immer noch nicht richtig beruhigen kann. Ich glaube, wir wissen alle, von wem wir hier sprechen. Ich werde es natürlich nicht sagen, aber ich hoffe, dass die Verantwortlichen dafür sich das Spiel angucken und dann, dass das irgendwelche Folgen hat. Ich werde es mir auch selber nochmal anschauen und dann gucken, was wir mit sowas machen. Weil, wie gesagt, ich werde es nicht aussprechen, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Trotzdem natürlich am Ende Gießen gewonnen dann und am Ende ein bisschen mehr Glück gehabt. Glückwunsch. Ja, ich gebe den Glückwunsch weiter an den Gießener Coach Björn Harmsen. Es war ein enges Spiel bis kurz vor Schluss. Ingo Freier hat es gesagt. Was hat den Ausschlag letzten Endes gegeben? Ja, mir war klar, nach dem Scouting und der Spielvorbereitung, dass es ein sehr schwieriges Spiel für uns wird. Da Hagen natürlich jetzt noch ein paar Niederlagen alles investieren wird, um das Spiel hier zu gewinnen. Und letztendlich sind wir auch nicht Bayern München oder Alba oder Bamberg, wo auf jeden Fall eine Chance besteht, hier auch zu gewinnen. Wir haben meiner Meinung nach einen sehr guten Start erwischt, haben dann nachgelassen, vor allen Dingen in der Intensität, vor allen Dingen in der Pick-and-Roll-Verteidigung gegen Kata und Brooks. Wir haben phasenweise schlecht geholfen, falsch geholfen und haben besonders offensiv nicht clever agiert, auch gerade direkt nach der Halbzeit und bis dahin, wo Hagen auch die Führung hatte. Denn wir haben es nicht geschafft, konstant innen anzugreifen oder war das Ziel, sondern wir haben am Ende glaube ich 20 Dreierversuche genommen und versucht in gewissen Phasen das Spiel von außen zu gewinnen. Letztendlich glaube ich, hat uns geholfen, dass wir es geschafft haben, Kata in der zweiten Halbzeit zu kontrollieren, sowie dass wir es geschafft haben, nicht nur den Ball nach innen zu bringen, sondern auch mit Penetration zum Korb zu attackieren und es gibt ja letztendlich eine Statistik, die für uns spricht in dieser Liga, wo so viele gegen uns sprechen. Das ist die Freiwürfquote und ich sage mal, umso mehr Freiwürfe wir bekommen und umso mehr wir den Ball nach innen spielen oder zum Korb gehen, umso mehr Punkte werden wir auch machen. Denn ich glaube, wir haben da die beste oder zweitbeste Quote. Danke. Wir haben ein Spiel gesehen, was immer wieder so, ja ich sag mal, Wellen hat, also immer ein Lauf des Gegners wieder mal, dann waren die Gießner wieder mal dran. Wie kann man sowas erklären, dass das wirklich so wechselhaft war? Ja gut, ich meine, wer Hagen kennt, der weiß, wie sie spielen. Sie sind eine Mannschaft, die immer Runs setzen kann. Auch jetzt wieder in der Vorbereitung auf Hagen habe ich Spiele gesehen, wo sie sehr, sehr schnell in Führung gehen oder wieder zurückkommen. Und das muss man sich bewusst sein, also man muss die ganze Zeit, deswegen war es mir am Ende noch wichtig, dass wir konzentriert bleiben. Man muss die ganze Zeit aufmerksam sein, denn sie suchen immer eine Situation, schnell umzuschalten und dann auch schnell wieder zu scoren. Und das kann natürlich dann wehtun und es tut vor allen Dingen dann weh, wenn man selbst diesen Spielstil nicht gewohnt ist, ihn nicht trainiert und ihn dann natürlich in dem Spiel dagegen steht. Und da kann man viel reden vor dem Spiel und viel vorbereiten, aber letzten Endes ist es dann doch eine andere Situation. Okay, gibt es Fragen von Ihnen noch an die beiden Coaches? Da hinten. Herr Hansen, erstmal Glückwunsch. Gab es für Sie einen Moment, in dem Sie fest daran geglaubt haben, dass Sie das Spiel gewinnen? Ja, den Moment gab es und zwar dann, als wir in den Ausgleich gegangen sind, weil da nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft ging, aber auch durch die Halle. Und mir war klar, dass der Mo seine Freie treffen wird und er auch wieder da in der schwierigen Phase A übernommen hat und B aber die Mannschaft komplett besser hinten verteidigt hat und intensiver verteidigt hat. Und das war ja der entscheidende Fakt. Es gab Phasen im dritten Viertel und anfangs viertes Viertel, wo ich hier unsere Verteidigung sehr beängstigend gesehen habe und wir dann nicht mit der notwendigen Aggressivität zugelangt haben. Ich habe gleich noch eine weitere Frage. Haben Sie mal daran gedacht, während des Spiels vielleicht Verteidigung zu ändern, weil die Garz doch sehr stark im 1 gegen 1 war und wie Sie sagten, die Hilfe nicht immer so gekommen ist, wie sie hätte sein müssen? Ja gut, also wenn man im Vorhinein das Spiel betrachtet, dann hat Hagen mit 28 Versuchen pro Spiel von der Dreierlinie die meisten Versuche, haben aber eine der schlechtesten Quoten. Es sind vor allen Dingen Brooks und Carter, die immer in den Pick-and-Roll-Situationen hart zum Korb attackieren und es ist Janusz, der die Würfe von draußen macht. Also die drei Leute sind die Topscorer dieser Mannschaft. Und unser Ziel war es, unser Ansatz war es, zu sagen, wir stoppen den Guard im Pick-and-Roll mit dem Großen, mit zwei Leuten und lassen die Leute, die nicht so gut werfen, von draußen, die lassen wir offen. Die Leute haben halt heute in der ersten Halbzeit getroffen, wir haben uns in der zweiten Halbzeit umgestellt und haben nicht mehr so sehr geholfen, besonders von Carter, der ja drei Dreier in der ersten Halbzeit getroffen hatte. Blackwood hat uns dann nochmal wehgetan. Da wussten wir eigentlich, dass er gut werfen kann. Aber dann, Gott sei Dank, zum Ende waren wir da etwas konzentrierter bei ihm. Weitere Fragen noch? Vorne? Ja, kurz das Mikrofon noch, dass das zu hören ist. Jetzt ist die 15. Niederlage in Folge, aber könnt ihr aus der auch etwas Positives mitnehmen? Ich denke da vor allen Dingen an Tristan Blackwood, der bis jetzt ja so eine Rolle wie heute noch nicht gespielt hat. Ja, Tristan hat heute sehr, sehr gut gespielt, wenn man da was Positives rausnehmen kann. Die Mannschaft phasenweise dann sogar geführt und hat auch von außen getroffen, hat auch gute Entscheidungen getroffen, als er dann zum Korb gegangen ist. Sehr intensiv gespielt. Das hat uns weitergebracht. Und wir haben natürlich noch ordentlich Potenzial. Immerhin fehlt uns ja auch noch ein Spieler, wo wir jetzt auf der Suche sind. Und ja, wenn der vielleicht heute schon dabei gewesen wäre, dann hätte es vielleicht auch nochmal anders ausgesehen. Aber wir können schon was mitnehmen aus dem Spiel. Da waren auch positive Sachen dabei. Aber im Endeffekt zählt immer nur der Sieg, ja. Und das ist halt das Wichtigste. Okay, noch Fragen? Dann habe ich noch die offizielle Zuschauerzahl. Das waren 3580 heute Abend. Vielen Dank für Ihren Besuch und am 22. Dezember das nächste Heimspiel gegen die Phantoms aus Braunschweig. Dankeschön. Vielen Dank für's Zuschauer. Vielen Dank.